Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und Küchenutensilien sind oft kreative Ideen gefragt. Mithilfe pfiffiger Detaillösungen schafft Nolte Küchen Stauraum, wo ihn keiner vermutet, oder macht ihn für den Nutzer besser zugänglich. Schluss mit verschenktem Stauraum. Mit dem Eckschrank Le Mans wird sonst ungenutzter Raum zugänglich gemacht. Neben klassischen Abfall-Trennsystemen bietet Nolte Küchen außerdem Abfallsammler für Eckschränke oder praktische Lösungen zur Entsorgung der Vorbereitungsreste direkt unterhalb der Arbeitsfläche. Für die Lagerung von Lebensmitteln sind zum Beispiel Apothekerschränke ideal. Sie bieten enorm viel Stauraum und sind von beiden Seiten zugänglich. Darüber hinaus bietet Nolte Küchen weitere praktische Vorratsschränke. Ob in Auszügen oder Metallkörben, Ihre Lebensmittel sind in jedem Fall gut aufgehoben. Mit Sockelschubkästen generieren Sie Stauraum, wo sonst ungenutzter Raum entsteht. Regale eröffnen Ihnen viele Möglichkeiten. Sie können auf der einen Seite als offener Inselabschluss dienen oder auf der anderen Seite als Hängeschrankregal mit praktischen Schiebetüren. In einer Nolte Küche bietet jeder Zentimeter Raum für Ihr Leben. Überlegen Sie einfach, was alles verstaut werden soll und wie Sie darauf zugreifen möchten.